Jo, willkommen bei einem weiteren Let's Play von mir und zwar Boom Bunny Plug. Sieht erstmal voll episch aus, ich denke das wird auch ein sehr amüsantes Let's Play. Hab das gefunden und viel dazu zu sagen gibt es eigentlich nie. Es ist eher so ein Adventure Jump'n'Run, so ein 3D-Optik-Spiel. Man ist halt so ein Hasenroboter, so wie ich das jetzt so mitgekriegt hab. Beschreibung technisch, mein Englisch leider not so gut und so. Aber ich denke, wenn es jemand im Steam Store sucht, dann ist es eigentlich kein Problem. Ich habe auch die Deluxe Edition, die war jetzt 50 Cent teurer. Deswegen und ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal ein New Game. Ich war vorhin bloß mal kurz gucken, logischerweise, ob auch alles mit der Einstellung stimmt. Und ich würde sagen, wir spielen dann einfach mal los. Controller unterstützt ist es natürlich auch, ich spiele es jetzt aber mit Maus und Tastatur. Ich hoffe, die Plus Minus, ich hoffe, dass... Ich hoffe, die Leute, dass ich nicht so gut bin. Inadequate Light Sourcen, keine Brains auf diese Leute. So Stuffy und Stupid in hier. Ich mache Stupide Decisions, Stupide Meetings. Ich habe eine Impfung, die Paycheck aus. Das war's. Mom, Dosen system changed. Double my shift and now I have to work on Saturday and Sunday too. Sunday evening. As well. Ruining situations. You're not gonna see this coming. Stick me in this tiny box with all these little things all over the place. Little monitors doesn't even start. It's having power failures and the windows are so small. Five and a quarter inch floppy disk from my Commodore 67. Flipping the switches and pushing the buttons. Show them to put the badge of seal in my lunchbox. Oh, I'll show them. They're gonna be so sorry. What? So, da sind wir. Wir sind irgendwie ein auferstandener Hase. Ähm, wir können hier so rumwackeln. Haben, äh, eine Gitarre in der Hand, wie man sieht. Schauen. Ranzoomen geht leider nicht. Ähm. Ja, auf jeden Fall. Licht spielt hier ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Das kann man kaputt machen. Okay. Man kann hier irgendwie auch scheinbar vieles kaputt machen. Und, was ich vorhin kurzzeitig feststellen durfte. Komm, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Wir haben ja noch ein Schutzschild, was wir machen können. Was heißt? Au. Okay, bei dem nicht. Au, au, au. Geh kaputt. So, wir gucken mal. Wir mobsen uns erstmal in die Möhre, hauen uns die erstmal rein. Kommen wir noch welche? Was ist das? Ein Schild. Ah, cool. Ah, der blaue Balken ist unser Schild. Alles klar. Ähm, wir wackeln hier mal lang. Ah, da kommen wieder welche. Schnell weg. Nein, 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 nein. Oh, hier sind wieder Möhren. Cool. Die können wir uns natürlich glatt mal schnappen gehen. So, da haben wir das auch zu droschen. Ach, das ist unser... Ah, okay, ich verstehe. Ähm, ich hoffe, dass... Ich geh mal kurz hier zurück, wegen... Äh, Energy aufladen. Weil es wird ja bestimmt nie einfacher. Und mal schauen. Auf jeden Fall ist die Gangart sehr amüsant. Hallo. So. Mal gucken, wie viele uns diesmal erwarten. Okay, nochmal zurück. Das machen wir ganz gekonnt. Na, komm, geh kaputt halt. Geh. Hallo. Oh, hey. So, wieder heilen. Heilen. Ah, sorry. Ich muss hier mal kurz zurückrennen. Aber ich will ungern jetzt schon sterben. Das wäre ein bisschen uncool. Hüpfen können wir auch. Und wir können auch langsam laufen. Was das für eine Bewandtnis hat, kann ich leider noch nicht sagen. So. Ciao. So, wieder aufladen. Schild aufladen. Oh, ganz nice. Oh, da hinten scheint es ein bisschen zum Ende zu gehen. Kommen wir noch welche? Ja, war ja klar. Steuerung ist gewöhnungsbedürftig, aber okay. Äh, wir müssen hier rein. Ich will trotzdem vorher nochmal gegen den Automaten hauen. Einfach aus Prinzip. Okay. Warum ist das jetzt so leise? Sorry. Okay. Okay. What's going on? When I was a baby bunny, you held me in the night. Upon your supple feet I chucked until my heart be light. You taught me how to pretend and you taught me how to fight. You're my mom until the end. Although I have been reprogrammed, I'll never hit you with this guitar. I'm mom, I love you. Are you serious? Are you thinking I'm going to stop right now? Yes. Wait, uh, wait, uh, wait, uh, was, was, was you talking to me? Ah, why didn't you stop my dog? Ah, 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 ah. ok sorry dass dafür dass diese zwischen sequenz so ein bisschen leise war ich schaue mal in die audio die master volumen habe ich ein bisschen runter gestellt ich glaube ich muss einfach die musik ein bisschen unterstellen die sound effects ein bisschen unterstellen ein bisschen weiter unterstellen so vielleicht und den dialog dafür ein bisschen lauter lassen so probieren wir mal kontinu gut die radio ok die frage ist wo muss man jetzt sind sind wieder zurück oder was oder wie äh warum warum tut ihr mir sowas an na klasse und er kann bestimmt schießen oder so warten ich krieg dich ich jawohl oh was bist du angst ja ja Ich bin der Fall. 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 Blup. Ich bin der Fall. Was ist das? Limbo 74. Für die Liebe. Ja? Bord. 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 Will that happen every time? One more time! Congratulations complete. Teleportation proceeding. Death. Okay. Es ist ein sehr amüsantes Spiel. Muss ich sagen. Warum ist das jetzt wieder so leise? Nein. Ist das nicht das nicht, die ganze Zeit. Die. Die. Oh Whoa Cool Wir gucken erstmal ein bisschen rum Eat at Mabel's Da drinnen steht er, unser Kollege Mit dem wir ein bisschen Musik fabriziert haben Wir haben ein paar Hütten Können wir aber nie reingehen oder so Auf jeden Fall ist hier gerade jemand am Austreten Habe ich so das Gefühl Oh cool Okay Gut Wie immer können wir hier irgendwo Gegenhauen Das ist eine gute Idee aber Ich weiß nicht Auf jeden Fall müssen wir da hin Und ich würde sagen Ich belaste es erstmal bei dieser Folge Also was ist belassen Ich werde jetzt gleich danach noch ein bisschen was aufnehmen Aber ich mache für diese Folge erstmal Schluss In der nächsten Folge sehen wir natürlich wie es weitergeht Auf jeden Fall sehr amüsant Würde ich sehr stark annehmen Dann jo Ciao Und danke fürs Reinschauen Auf jeden Fall Auf jeden Fall Auf jeden Fall Auf jeden Fall